Camilla und Sophie, für Charles werfen sich königlich in Schale. Genauso stellt man sich eine königliche Gartenbarte vor. Auf dem saftigen Grün des Rasens tummeln sich farblich abgestimmte Hüte auf royalen Köpfen. Zur Feier der Krönung von König Charles, 74, fand im Buckingham Palace eine Royal Garden Party statt. Königin Camilla, 75, überzeugt im zweifarbigen Look in königlichem Blau und Schneeweiß. Auch die Herzogin von Edinburgh, 58, war Gast und brachte noch mehr Farbe ins Spiel. In einem weiß-rosa karrierten, langen Mantel mit fallendem Reverse-Kragen plaudert Herzogin Sophie mit den Gästen der Gartenfeier. Ihr mit Schleifen verzierter Faszinator verleiht ihrem Outfit das königliche Etwas. Unter den Gästen befand sich auch Lionel Richie, 73, der die Vorfreude auf seinen Auftritt beim anstehenden Krönungskonzert mitbrachte. Königin Rania, 52, verbindet bei ihrem Stil traditionelle Einflüsse mit eleganten Schnitten. Nie zu bunt, zu schrill oder zu verrückt, aber auch nie langweilig. In der Nationalgalerie von Jordanien, wo sie Prinzessin Vyedan Bintfawas El Hashemi für ihre Arbeit für die Kunstszene ehrt, präsentiert sie sich nun jedoch lässiger als sonst. Zu ihrem neuen, olivgrünen Kleid von Brandon Maxwell kombiniert sie eine große Brille mit modernem und leicht abgerundetem Rahmen sowie einer neongelben Tasche von Löwe, eine gewagte Farbwahl. Pumps von Jennifer Kammerndy komplettieren das Outfit von Rania. Über diesen roten Teppich darf nicht jede, erlaufen, nur die größten Hollywood-Stars. Die begehrtesten Fashion-Ikonen und auch der eine oder andere Royal hat den Fuß bereits auf die wohlberühmtesten Stufen der Welt gesetzt. Hat das diesjährige Meggala-Thema Karl Lagerfeld, Aline of Beauty auch König Charles, 74, und Königin Camilla, 75, nach New York gelockt? Ein Instagram-Foto sorgt jetzt für Verwunderung. Zu sehen sind die Royals vor dem bekannten Hintergrund des Symmetriopolitan Museum of Art. Camillas rosafarbenes Kleid mit gerafften Puffermann ist farblich auf Charles' Anzug abgestimmt. Dessen Hemd, Krawatte und ein Stecktuch zu seiner Begleitung passen. Zugegeben, zum diesjährigen Motto. Das vor allem schwarz-weiß Garderobe bevorzugt, passen diese Looks nicht wirklich. Haben sich die beiden etwa im Thema geirrt? Natürlich nicht. Das Foto wurde von Künstler Rick Dick mit Hilfe künstlicher Intelligenz erschaffen und auf Instagram veröffentlicht. Tatsächlich besuchten König Charles und Königin Camilla die Met Gala nicht. Noch nicht. Wer weiß. Punkt. Auch Fotos von Kate und William und Mick Han und Harry auf dem roten Teppich der Met Gala hat der Künstler auf Instagram zur Schau gestellt, sehr zur Freude seiner über 91.000-Follower, innen. Die royalen Looks der vergangenen Woche sehen Sie hier. Verwendete Quellen, Instagram.com Das ist das Künstler.